Hallo YouTube und herzlich willkommen zu einem neuen Part von The Last of Us. So, bevor ich jetzt hier großartig erstmal anfange, erstmal kleine Info. Ich bin gesundheitlich ein bisschen angeschlagen, man hört es glaube ich auch noch in meiner Stimme. Die Woche war ziemlich Horror, aber ja, das Schlimmste ist überstanden. Ich bin ja wieder halbwegs gesund. Die Betonung liegt auf halbwegs, daher gucke ich mal wie lange ich heute machen kann. So, wo sind wir stehen geblieben? Wir sind das letzte Mal hier von zwei Bloatern geflohen und... Pass auf hier, das Wasser scheint tief zu sein. In einem guten... Hey, was machen wir, wenn du vorbei ist? Was denn? Du bringst mir Schwimmen bei. Na klar doch. Oder wir warten noch zehn Jahre, dann dürft ihr sofort... Okay, das lassen wir. Ähm, ja, wir sind von einem paar Bloatern abgehauen und... Wieso springe ich jetzt eigentlich ins Wasser? Ich kann hier doch ganz gemütlich noch entlanglaufen. Und sind in irgendeinem unterirdischen Tunnel. Da muss ich doch mit Sicherheit irgendwo abtauchen, oder? Eine Palette. Ich muss mit Sicherheit eine Palette. Komm schon, es muss sein. Ich muss eine Palette bringen. Okay, den Sprung schafft sie. Aber jetzt kann man hier nicht hoch... Ach, kommt schon. Wir sind echt schon schlimmere Sachen hochgeklettert. Aber das wird... Das geht noch soweit. Ja... Da guckst du, ne? Irgendwie muss ich dich da rüberbringen, Lady. Ach! Wie bist du jetzt da hochgekommen? Du bist... Ab und dann, Ellie, bist du echt unheimlich. Kann ich hier oben irgendwo... Ne, ich sehe keine Leiter und nichts. Na gut, das heißt, ich muss definitiv ins Wasser. Wer hätte damit gerechnet? Okay, schauen wir uns hier erstmal um. Ich glaube, in das Teil hier konnte ich rein. Ich könnte mich jetzt irren, aber ich glaube, da konnte ich rein. Ich irre mich. Ich irre mich. Ellie, du darfst hinten bleiben. Das ist... Das ist... Das ist hier nur was für große Jowels. Kleine Ellie's dürfen... Drüben bleiben. Aber... Oder komme ich von da? Ich bin jetzt gerade ein bisschen verwirrt, weil wie gesagt, es ist eine Woche her. Es könnte sein, dass ich von da komme. Und hier lang muss. Das könnte natürlich auch sein. Ich bin gerade ein klein wenig verwirrt. Schieben wir es aufs Fieber. Haben wir hier noch irgendwas? Ne, nur Fische. Oder Goa Wools. Okay, da kann ich durch. Nehmen wir jetzt einfach mal an, das sind Fische und keine Goa Wools. Okay, hier kann ich auf jeden Fall durch. Gibt es hier links irgendwas? Ne, gibt es nicht. Jowels wäre... Sehr ratenswert, wenn du nicht so langsam schwimmen würdest. Ich bin jetzt drüben. Okay, Moment. Okay, ich soll dir die Leiter runterlassen. Ähm, ja, wahrscheinlich vom Feuerwehrauto. Ich habe tatsächlich keine Leiter gesehen, aber ich habe mir auch eher die andere Seite angeguckt. Allerdings will ich wissen, was das hier ist. Was bist du denn? Das hat gerade so komisch geleuchtet. So ein komischer Stein, Leute. Und hier sind noch ein paar Goa Wools. Ja gut, lass mal der Kleinen die Leiter runter. Wir hätten hier echt schon längst Schwimmen beibringen sollen. Das wäre wirklich top-Prio. Ach, Tatsache. Da ist eine Leiter. Ja, wir werden wahrscheinlich nicht im Wasser runterlassen, oder? Ein Naughty Dog Game. Da, wo es gelb ist, da gehört die Leiter hin. Lass dir Zeit, Kleine. Lass dir Zeit. Wir haben es nicht eilig. In der Zwischenzeit kann ich mal meine Knarren. Okay, bleib einfach am Rand. Es ist flacher. Mal ganz kurz meine Knarren durchladen. So viel habe ich leider nicht mehr. Habe ich noch Messer? Ja, ich habe noch drei Messer. Oh, das passt. Ja, das hat Wasser, was irgendwie kalt ausschaut. Meistens an sich, dass es eisig ist. Gut, dann schauen wir mal. Kann ich noch was herstellen? Das ist auch eher bedingt. Können wir uns irgendwo pimpen? Fertigungszeit. Hm. Ach komm, einmal können wir da auf jeden Fall ein paar Drogen reinklatschen. Gut. So, es ist eisig und sie ist am Rand geblieben. Na, haben wir was zu reden? Ne, haben wir nicht. Gut. Das ist mit Sicherheit nicht absichtlich barrikadiert. Sehr schön. Aber ich bin eh durchgeladen. Die Geräusche gefallen mir. Der schläft doch nur, oder? Da steht doch... Da liegt doch einer. Und noch eine versperrte Tür. Also, der schläft doch. Oder kackt. Ja, genau. Jetzt lasse ich die Kleine da rüber. Moment, 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 Moment. Der lebt doch noch. Ich wusste es doch. Wieso hat denn der Sack so viel ausgehalten? Okay. Gut, Ellie. Das gefällt mir nicht, Leute. Das gefällt mir nicht. Türe? Hatte sie keine Lust, oder? Was war denn los? Das war für das Szenario, wenn man den Kerl hier nicht gesehen hat, oder? Der hat eine cool, sichere Weste an dem Sack. Wegen dir ist das Video schon mal demonetarisiert. Vielen Dank dafür. Gut, aber da hinten habe ich Stuff gesehen. Oh, nice, Leute. Richtig, richtig geil. Medikits. Wie schaut's denn... Au. Brauche ich jetzt eigentlich keins einwerfen. Aber Stuff liegt hier nicht mehr rum. Nope. Ich könnte mal wieder pimpen. Mal kurz eine Etage weiter. Legt hier noch was? Okay, sie will da lang. Dann will ich da lang. Ja, komm. Das rentiert sich immer. Okay. Perfekt. Und wie sich das rentiert, Leute. Ach, komm schon. Scheiß drauf. Ich habe mir ein... Ich habe mir ein Medikit rein. Aber ich kriege gerade so viel Zeug. Ich weiß es nicht. Es ist gerade echt nicht notwendig. Aber... Scheiß die Wand nicht an. So, ein bisschen Stoff. Kraut. Kraut. Drogen. Neue Pfeile. Perfekt, Leute. Was will man mehr? Teile hätte ich jetzt noch gerne gehabt. Das wäre jetzt tatsächlich noch Premium gewesen. Und was haben wir hier? Ah, ich glaube, das war nur ein Lumpen. Aber dann weiß ich nicht, was ist ein Lumpen und was ist... Oh, 50, Leute. 50. Schaut euch das an. Schaut euch das an. 50 Teile. Gut. Und ich habe nur noch zwei Messer. Allerdings habe ich dafür nichts mehr. Das gefällt mir am wenigsten. Okay, ich hatte gehofft, dass hier vielleicht auch Werkzeug drin wäre. Aber meine geschärften Spider-Man-Sinne sehen hier kein Werkzeug drin. Gut. Und dann gehen wir nochmal ganz kurz zurück an die Werkbank. Mal schauen. Vielleicht können wir irgendwas pimpen. Ah, 50 Teile. Das ist natürlich Premium. Gut. Schön. Schön. Da habe ich halt noch gar nichts reingesteckt. 82 Teile. Die haben wir echt komplett gepimpt und ich habe sie ja fast am wenigsten benutzt. Reichweite. Mit der zocke ich eigentlich auch relativ wenig. Mit der Schrotflinte. Das Jagdgewehr. Schon eher. Ah, das ist halt schon echt heftig, Leute. Eigentlich ist die und die hier sind das eigentlich meine häufigsten Waffen. Komm, die pimpen wir jetzt einfach auch mal. Und dann gehen wir hier noch in die Nachlande. Ladegeschwindigkeit rein. Na, das hält. Ja, das hält auf jeden Fall. Hier kann ich den Sprit noch mitnehmen. Ein bisschen Alkür unterwegs. Und ich glaube, es war jetzt nichts dabei, was ich jetzt hier noch nehmen kann. Im Sinne von... Im Sinne von... Nope, 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 nope. Schade, schade, schade. Egal. Gehen wir weiter. Guckt sie sich da hinten schon wieder einsam und alleine an? Guckt sie sich da hinten. Sieh mal! Da ist es! Tja. Das Krankenhaus. Sorry, ich musste kurz husten. Also solche kleinen Pausen muss es leider heute ein paar Mal geben. Denn, wie gesagt, gesundheitlich nicht ganz gut. Wohin denn auch? Ist überall Wasser. Ich habe gesehen, da hinten ist ein Durchgang. Aber ich mache mich jetzt trotzdem hier erstmal kurz umschauen. Umschauen rentiert sich immer. Aber da ist alles zu. Okay. Sag mal, wo sind denn eigentlich hier die Fische hergekommen? Die müssen ja irgendwie hierher gekommen sein. So. Okay, Joel, du solltest Gas geben. Hm. Ob es auf der anderen Seite auch noch was gab? Mal kurz runtergucken. Gucken kostet nicht. Okay. Ich würde es jetzt wissen. Wenn nicht, holen wir hier nochmal schnell Luft. Nö, hier gab es nichts. Komm, ich gehe hier nochmal kurz an die Luft. Und dann gehen wir wieder zurück. Wie gesagt, hätte ja sein können, dass es hier was episches gibt. Und ich gehe jetzt hier straight ran vorbei. Ihr kennt das. In der Regel, da wo nicht der Weg ist, da ist es meistens... Da ist meistens der interessante Stuff. Okay, dieser tote Jimbo hier. Mei. Auch die härtesten erwischt das irgendwann mal. Oh, das gefällt mir nicht, Leute. Das gefällt mir überhaupt nicht. Wieso kann ich hier hochklettern? Ernsthaft, wieso kann ich hier hochklettern? Ist das gut? Hättest du da unten Loot gegeben? Ne, hier unten hätte es keinen Loot gegeben. Okay. Wissen wir das auch. Alles klar. Es hätte sein können, Leute. Normalerweise gibt es dann in den Wegen, wo die halt nicht als Weg gedacht sind, wenigstens Loot so ein kleines Trösterchen. Aber, mei. Ab und an sind sie halt geizig. Geh mal zu, mein dicker Freund. Eigentlich habe ich jetzt gewartet, dass mich hier ein Infizierter anfingert. Ich habe die Palette schon gesehen. Ja, ja. Entspannt euch. Ne, aber sonst wirklich nichts. Die Lady hat einen ganz schönen Kommandierton drauf. Wenn ich das mal so erwähnen darf. So. Mehr oder weniger. Hier zur Treppe oder wohin? Nein, nicht zur Treppe. Die kann hier direkt hochklettern. Und wie kommt der kleine Joel hier hoch? Ja, im Ernst, wie komme ich jetzt da rüber? Ellie? SOS? Ach, da hinten ist eine Treppe. Äh, Leiter. Alles klar. Die lässt mich nicht hängen. Die hat mich im kranken Zustand nicht hängen lassen. Die lässt mich jetzt auch nicht hängen. Perfekt, Leute. Ja, ich bin zu fett. Betten will ich, ich kann den hier nicht einmal ins Wasser werfen. Da fräse ich doch einen Besen, dass ich den hier einfach... Das ist doch hier Kategorie einmal hier lang. Und sie dann da drüben hinlegen. Mit Sicherheit. Naja. Ein kleines Denkspiel. Wieso nicht? So. Einmal die Leiter nehmen. Ah, jetzt keine Lust, die Leiter hier runter zu klettern. Wir wussten ja schon, dass es... Dass es geht. Ja. Darf sie hier durch? Ja. Ist ja schlussendlich auch meine. Was hast du erwartet? Da kommt nur brillantes Zeug raus. Und? Ey, komm schon, gib mir ein bisschen Loot. Gerade für die kleineren Waffen hätte ich gerne ein bisschen Loot. Oh, die geht... Oh, Mann. Ja. Lass mich vorgehen. Du kommst mir danach. Okay, ich freue dir. Oh, Mann. Oh, Mann. Das gefällt mir nicht. Alles okay? Ich geb mir Mühe. So. Sie kann springen. Ich nicht. Das ist unfair. Hm. Hm. Kannst du da springen? Kannst du da springen? Ich glaub ja fast nicht. Und für mich wirkt es hier auch nach Schicht im Schacht. Ja. Ja. Wollte ich hier tauchen. Na, jetzt habe ich, komm ich hier wieder weg. Also, irgendwie will es gerade nicht. Erwartungsgemäß, normalerweise konnte ich bei so Strömungen immer tauchen. Ähm. Spiel. Alli. Also, ich kann mich auf jeden Fall nicht in die Richtung bewegen, in die ich gerne würde. Und ich kann auch nicht tauchen, dass ich gegen die Strömung anschwimme. Bin ich jetzt bescheuert? Gibt's hier irgendwo einen Weg nach oben? Nee, hier nicht. Ich hab das Gefühl, ich hätte hier nicht runterfallen dürfen. Also, der Weg war scheiße. Ja. Hm. Kann ich mir irgendwas runterschießen? Und ich kann die Waffe hier gerade nicht wechseln. Nope. Kann ich gerade nicht. Und ich kann auch nicht anvisieren. Okay. Okay, Moment. Hier konnte ich ein bisschen gehen. Ach, der ist doch echt kacke. Leute, dann... Ich check's gerade nicht. Ne, ich check's gerade echt nicht. Hm. Also, ich muss auf jeden Fall entweder da lang oder da lang. Ich würde sagen, da lang. Wahrscheinlich hätte ich auf sie warten müssen, oder? Wahrscheinlich. Aber, meine Freunde, spielt eh keine Rolle. Das mach ich jetzt schnell offscreen, weil ich hab grad echt keinen Plan mehr, wie ich's ging. Aber wir sind eh schon wieder am Ende des Parts. Ich hoffe, ihr hattet euren Spaß. Bewirrt das Video. Schöpfe leistet sich Kommentare. Und wie immer. Abonnier meinen Kanal. Würde mich mega mäßig freuen. Vielen Dank fürs Zugucken. Wir sehen uns im nächsten Part wieder. Bis dahin. Ciao.